Moin zusammen aus Barkede. Barkede erleben, das durfte ich, Kaja, lass heute einmal mehr. Wir haben eine neue Ortshymne gesungen und hier wird natürlich auch ordentlich gefeiert. Jedes zweite Wochenende zum Beispiel im Juni beim Dorfgemeinschaftsfest und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn das Song das ein oder andere Mal da auch laufen wird. Schaut und hört mal. Barkede hält einfach zusammen. Ja, hier hat man noch Ruhe und Platz, sich so ein bisschen zu entfalten. Wir sind alle Barkeder Kinder. Offen, herzlich, feiern gerne. Barkede ist geil, weil wir eine ganz tolle Dorfgemeinschaft haben, die ja immer zusammenhalten und sich jeder um jeden kümmert. Es ist top hier, top. Hier in Scharmstadt, da spielt die Musik, das Handwerkermuseum bei jedem Belieb. Barkede hat ganz viele Vereine, die zusammenhalten. Also es ist wirklich toll. Und wir sind so verliebt. Mich geht ja auch gar nicht mehr weg. In unser Barkede. Also dieses Dorfgemeinschaftsfest ist mega geil, weil es eins der schönsten Feste bei uns im Landkreis ist. Wir lieben Barkede. Akinet Erliebert Akinet Erliebert Erliebert Akinet Erliebert Untertitelung des ZDF, 2020